hallo meine damen und herren und herzlich willkommen auf ew2k tv zu einer runde friday the 13th ja ich habe jetzt gerade die ehre ich spiele mit dem evil bong mit dem mikey boy mit michael und mit dem ringo hollywood die vier sind also die was ist das jugendleiter oder so keine ahnung auf jeden fall die ich aufspüren muss und ja hier sehen wir auf jeden fall schon den ersten kreis das heißt also einer bewegt sich hier sehr sehr schnell hin und her ja mein ziel ist es natürlich jetzt alle zu finden ich glaube allerdings gerade ein bisschen bescheuert stelle ich gerade fest okay das war echt dumm ja müssen wir mal gucken also ich werde jetzt hier nicht die ganze zeit kommentieren ich werde einfach mal hier so versuchen die herrschaften zu finden wo geht es hier denn raus was ist das für ein mist ich muss ja okay da ist die straße alles klar wäre ich mal anders lang gegangen na gut damit hat sich das auf jeden fall jetzt schon erledigt bis jetzt jedes mal wenn ich jason gespielt habe habe ich tatsächlich auch alle eliminieren können aber ich glaube ich lauf gerade mal richtig bescheuert so jetzt habe ich eine fähigkeit eingesetzt die aber moment noch nichts gebracht hat doch da vorne ist wieder jemand und ich glaube der ist an die doch nicht als keiner da ist nur ein messer was hier steckt aber ich glaube daneben habe ich einen gesehen oder war das auch wieder ein messer davon ist da jemand schönen guten tag also wir machen es übrigens auch so den der immer jason spielt der geht aus der party beziehungsweise stellt die party stumm damit halt der nicht hören kann wenn sich die anderen absprechen weil es halt sonst unfair es ist könnte sein dass da sogar zwei im haus drin sind also hier ist auf jeden fall einer oder es hat jemanden radio angemacht wir sind jetzt noch ein messer so reden der auf jeden fall jetzt hier drin ist der wird jetzt richtig spaß haben so davon ist das nächste messer wir lassen das messer messer sein da rennt er doch da haben wir doch schon den ersten so der ringo hollywood hier alter schwede entschuldigung dass ich lachen muss das war für eine animation die wir so noch nicht kannten ja grüße gehen raus an ringo der wirklich auch ein sehr sehr guter jason ist muss man sagen wo bin ich denn jetzt hier da ist wieder nur ein messer ja komm dann machen wir mal die teleporter funktion jetzt ist gar nicht die teleporter funktion hier gehen wir mal hier oben hin morphen so hier könnte einer drin sein ach hier in dem haus ist einer drin da ist jemand da sind sie beide so der evilbong der michael da hat einer eine pistole das ist halt was ich doof ah guck mal da war das schon mit der knarre ich wollte jetzt die besser reinschmeißen was ging irgendwie nicht oh jetzt hat er mich mit dem mit dem ja mit dieser leuchtpistole wo sind sie denn sind sie noch hier drin oder sind sie hinten raus ich denke mal die sind hinten raus die sind niemals im haus geblieben die sind noch wie ein maus die sind noch im haus So, ich glaube, hier ist jemand drin, weil die war nämlich eben Schreie zu hören. Ja, ich glaube. Ah, die haben sich gut versteckt im Moment. Machen wir alles kaputt? Wir haben ja Zeit hier. Ja, ich glaube, die sind rausgerannt. Na komm, den Moment geben wir ihn mal. Ne, die sind hier aber nicht mehr, weil nämlich, man muss Luft anhalten und das hätte man dann schon gehört. Dann gehen wir hier wieder raus. Wenn ich die Tür finde. Wo bin ich denn eben rein? Hä? Wo zur Hölle bin ich denn eben reingegangen? Ja, das ist wie gesagt ja das einzige, was mich hier so ein bisschen stört. Schade, guter Anfang von mir. Das mit Green Dragon. Äh, mit Ringo. Ach nee, ich habe ja vier Gegner, fällt mir glaube ich gerade ein. Da muss nur einer drin sein. Oh ey. Oh ey. Oh ey. Oh ey. Oh ey. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ich finde hier keinen. Nur das Messer. Na komm, dann gehen wir mal woanders hin. Hier ist auch schon mal keiner. Das ist halt immer so ein Hotspot in einem Auto. Hätte ja sagen können, dass hier einer schon am tanken ist. Mach's dem Auto. Ich glaube ich werde die Runde nicht gut beenden. Ich habe die voll verloren. Komm, probieren wir den nochmal. Komm, probieren wir den nochmal. Aber da war ich eben drin schon. Letzte Chance eigentlich hier. Oh, da kommen wir da rein. Der Evil Bong. Ja, Moin. So, meine Damen und Herren. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal hier hin, weil da waren wir noch nicht. Na, hier war noch keiner. Das gibt's doch nicht. Wo sind die? Wut ist aktiv. Haben sie gut gespielt bis jetzt. Okay, da hinten das Haus. Oh, ich hänge fest, Mann. Ich hänge schon wieder fest. Ich komme mir nicht vorbei, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Hier muss einer sein. Im Schrank oder unterm Bett. Wir haben es alle gehört. Hier ist er. Ich tippe zwar Michael. Ja, aber wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Aha. Ja. Jawohl. Da haben wir sie alle. Da haben wir sie alle. Du getötet. 4 von 4. Ja, Leute. Dann Grüße gehen raus an alle hier auf YouTube. Das war meine Runde als Jason. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt gerne auf meinem Discord-Channel vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Alle anderen Social-Media-Accounts gleich noch im Outro verlinkt. Ich würde mich freuen, den ein oder anderen dort anzutreffen. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020